Die Pflegeljahre kann man sehr gut lesen, denke ich. Es ist eine Schwierigkeit bei dem Jean-Paul. Er hat einen relativ vertragten Satzbau, der etwas anders ist als unser heutiger. Und wenn man still liest, dann verliert man irgendwie den Überblick. Es ist merkwürdigerweise einfacher, das laut zu lesen. Und noch einfacher ist es, Zugang zu ihm zu finden, indem man sich heute mal ein Hörbuch anhört. Da wird man nämlich dann diesen merkwürdigen Witz, den der Mann hat, merken. Und es gibt ja Autoren, deren Witz ist gewissermaßen angekündigter Natur. Kardinalbeispiel Thomas Mann, da werden immer die Schilder aufgestellt, Achtung, hier Ironie, und man verirrt sich nie. Man weiß ganz genau, wann etwas ernst ist und wann es unernst ist. Da gibt es die Autoren, die das an keiner Stelle sagen. Und wo man denkt, was sagt der denn da Komisches? Und wenn man einen Schritt nach hinten tritt und sagt, der glaubt ja selber gar nicht dran, der macht ja nur Touren-Jokos in dem Moment, fängt man an zu lachen und plötzlich kennt man ihn. Und diese Arbeit nehmen einem unter Umständen gute Schauspieler erst einmal ab, dann lernt man ihn kennen, hat plötzlich den Ton im Ohr und kann dann selber dieser Spur auch folgen. Es gibt also ein vollkommenes Ineinander von realer Welt und fiktiver Welt. Und am schönsten ist das bei dem Roman Die Flegeljahre. Das muss ich kurz erzählen. Falls Sie mal Lust haben, Jean-Paul zu lesen, da können Sie wirklich gut anfangen. Da wird am Anfang ein Testament einer vermögenden Person eröffnet in einer mittleren Stadt. Und sieben Honoratioren, die weitläufig mit dem Erblasser verwandt gewesen sind, haben sich Hoffnungen gemacht auf das Erbe. Dann wird das Testament eröffnet und die sieben bekommen nichts, sondern ein junger Poet wird Gesamterbe des Vermögens mit Ausnahme des Hauses des Erblassers. Und das bekommt der, derjenige der sieben Leute, der als erster in der Lage ist, auf den Verblichenen eine Träne zu weinen. Nun sind die ja gerade eben enterbt worden und sind außerordentlich zornig über das, was da geschehen ist. Und dann schildert Jean-Paul auf etwa drei Seiten die psychologischen Tricks, wie die sich dazu bringen, versuchen, eine Träne zu weinen. Der eine fängt an zu lachen in der Hoffnung, dass da die Tränen kommen. Der andere drückt in sich rum und das ist also hochkurios. Und wer gewinnt natürlich? Der Berufsstand, der eigentlich dazu da ist, Rührung zu erzeugen, wenn auch falsche, der Pfarrer. Ja, der kann als erster dann tatsächlich weinen. Und zwar indem er sich seine eigene Situation als armer Morgenprediger vor Augen fühlt. Also der schafft es dann durch Selbstmitleid als erster zu weinen. Und dann gibt es noch eine Klausel, dass nämlich der junge Poet, der der Gesamterbe des Vermögens ist, bei diesen sieben Enterbten sozusagen ein Berufspraktikum machen muss. Und wenn er da drin versagt, dann dürfen die ihm was abzwacken. Da weiß natürlich jeder Leser, am Ende steht dieser Hans im Glück ohne irgendetwas da. Sie zwacken ihm natürlich alles ab. Und dann braucht es noch einen Protokollanten dieses ganzen Prüfungsganges. Und der ist natürlich niemand anderes als Jean-Paul Friedrich Richter, der dann auch gleichzeitig sozusagen handelnde Personen im Roman geschehen wird, weil er nämlich das alles protokollieren muss. Und er muss dann immer wieder an den Stadtrat schreiben. Die sieben Prüfenden gelangen dann auch an ihn. Und es ist ein vollkommenes Ineinander von Metaposition und Handeln der Geschichte. Aber das ist natürlich der große Vorteil, dass Jean-Paul sich immer spiegelt und sich von oben angucken kann, von unten ab angucken kann. Und er sagt, ich bin immer alles. Ich bin der Regisseur, ich bin der Schauspieler, ich bin das Publikum, alles gleichzeitig. Und diese Fähigkeit, glaube ich auch, hat ihn davor bewahrt, eben schnelle opportunistische Kompromisse in seinem Leben zu machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020